Irgendwo Der ist ein Gang nach unten, war das nicht der Gang nach unten? Kann sein, ja Wir haben sich hier rausgegraben Oh, fünf Herzen, als der Helm kaputt war, ne? Der hatte doch nur fünf, okay Ja, das ist wenn wir halt hier irgendwo Federn finden würden, ne? Ja, ja Aber mit... Oh Gott, diese Schaf da draußen, ne? Hat sie mich jetzt gerissen? Aber ich glaube ja, X hatte hier, kann das sein, dass der Full Deer hatte? Nein, er hatte nicht Full Deer, er hatte glaube ich Eisenschuhe und Eisenhosen Okay Wir brauchen Federn Aber er hatte halt, er hatte halt Hälfte, Hälfte Deer Ja, wir könnten es eigentlich relativ schnell könnten wir an Federn kommen, ne? Ich habe ja das letzte Mal fünf Eier mitgenommen Hühnchen spawnen Die Frage ist, kriegen wir aus den fünf Eiern zwei Hühner raus? Ja, ja Konnte man die nicht mittlerweile auch irgendwie vermehren oder so? Ja, die konnte man vermehren, da gab es diese kleinen Hühnerbabys glaube ich auch dann dazu Ne, oder war das, ich glaube das ging mit denen nicht Ich glaube bei denen dann brauchtest du halt immer nur Eier, meine ich Hm Muss ich halt, müssen wir halt gleich schauen Einfach mit Weizen versuchen oder sowas Das hat dann auch funktioniert Brauchte man für die nicht sieht's? Ach, keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht aus Aber ich Ich zock doch nur immer Motz Da brauche ich sowas nicht So, hinter uns ist keiner Mal jetzt wirklich wieder in die EPS zurück Das hat überhaupt nicht lohnenswert, wir haben nichts erreicht Außer, dass ich ein TNT sinnlos verschwende Ähm, da vorne ist wer? Nicht schon wieder Ex Solo? Ex Solo Und die haben Full Deer, ne? Nein, einer hat, Julia hat Full Deer, er hat nur Halb Deer Also entweder haben uns die nicht gesehen oder die wollen grad nicht mit uns kämpfen Wir haben uns noch nicht gesehen Mhhh, da bin ich mir nicht so sicher Ex Solo hat uns vermutlich gesehen und hat's halt an Julia gesagt Aber, Ju hatte uns halt nicht gesehen, ich hatte überhaupt nicht hierher geschaut Ex Solo hat sich kurz umgedreht Ok Soll mir recht sein Wir müssen halt noch Gegner töten, die halt Diersachen haben Und diese Diersachen brauchen wir Ja Ja Jetzt müssen wir die ja finden Also hier war mal ne Wolle Ich bin in deinem Gesicht gewesen Das war ziemlich creepy Mhhh Wie hier Lecker Im Wald gammeln die dann irgendwo rum 100 pro, ja? Falls wir die irgendwie in einem Kampf bemerken Das heißt, falls wir irgendwie gleich im Chat Ex Solo lesen Sie sollten hier mal versuchen rein zu gehen Oh Team Blau stirbt gerade aus Das heißt Cube wird auch weg sein, du bist verschwunden Ich bin im Wasser Ach da unten bist du Hat wohl geleckt Du kannst die ganze Zeit nehmen hier Ich glaub, ich glaub, dass das hier Ex auch mit Dings auf der Suche nach Wolle ist Naja, ich hoffe mal, dass die irgendwie in einen Kampf geraten, dann könnten wir schön abstauben Ja, das wär's mal, ne? Ah, Steve ist raus Boah, aber ist das wirklich so, dass mein Bogen so wenig Schaden macht? Ich hab den so oft getroffen, ne? Also sind hier Haben sich Leute hoch gebaut Ja So, ein bisschen sneaken hier vor dich halber Wieso laufen wir die ganze Zeit an Holz vorbei und bauen das Holz eigentlich nicht ab? Ich hab keine Axt, ich hab dir nur ne Axt gemacht Ich weiß, ich hab aber keine Axt mit Okay Ich hab ne Kettenröstung, wenn du eine haben möchtest Oh ne, muss nicht unbedingt sein Die ist aber auch schlechter als Eisen Die ist nicht feierlich Ist halt was, was ziemlich selten ist hier Ich hab mal vier Rohholz mitgenommen, gell? Ich glaub nicht, dass wir mehr brauchen werden Ich nehm mal hier noch ein paar Stimmungen mit Oh, es hat geleckt So Ja, was jetzt? Ey, ich würde wirklich sagen, wir suchen jetzt noch ein bisschen nach Wolle, ne? Okay Ich hab nicht gar besonders die Lust und die Laune dazu jetzt irgendwie hier zu sneaken, gell? Nö, 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 nö Nö, 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 nö Besuchen kommen! Wenn sie uns halt hier gleich besuchen kommen, wissen wir hundertprozentig, dass sie dann irgendwo hier sind. Da war mal ne Wolle oder da ist ne Wolle? Ich glaube da war mal ne Wolle. Ich möchte mal nochmal da hoch schauen. Ah ja hier sind Öfen gell? Ja hab ich gesehen. Das sind hier Öfen. Und Basti hat sich jetzt in den Untergrund verzogen. Möchte nicht sterben oder wie? Ich hab keine Ahnung. Ist da unten noch irgendwo was? Ne. Hier? Ne. Ich zünde mal den Wald bei denen an gell? Ja tu dir keinen zwangern. Ich möchte mal halt gerne wissen wo die halt sind und das verrät sie halt am besten. Mal sehen wann sie irgendwann raus kamen. Räuchern wir erstmal den Wald aus. So du bist irgendwo da hinten noch gewesen. Komm mal wieder zu dir. Hast du eigentlich doch genug Essen? Ja fünf Steaks. Ok ich hab nämlich auch noch ein paar Steaks. Wo bist du hin? Ich bin immer noch auf dem zweiten Berg. Warte mal ich komm mal ein Stück höher. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Bin genau über dir. Ah ja ich bin wunderbar erstmal bei das Feuer. Sieht ziemlich schön aus. So. Lass uns mal ein Stückchen warten. Aua. Aua. Der ganze Wald wird zum Teil abbrennen. Sieht ziemlich schön aus. So ist da hinten. Warte mal hinter dem Sand vielleicht noch. Ah es hat gelegt. Ne auch nicht. Da hier. Ok. Wir müssen unbedingt noch Wolle finden eine. Dass wir wieder auf unsere 13 kommen. Jaja. Ich glaub in den brennenden Wald sollten wir erstmal nicht gehen. Oh ne muss ich jetzt nicht haben. Steh nicht so auf warme Füße. Ich zünde noch ein bisschen nebenbei an. Bleibst du jetzt stehen oder? Da hinten seh ich wen. Das sind ähm. Ist das nicht wieder hier? Bekämpfen die sich? Die bekämpfen sich gerade. Keine Ahnung. Was die machen. Bekämpfen. Nein die bekämpfen sich nicht. Die schießen uns ab. Und kann nicht treffen. Die schießen dich ab. Gell. Ja. Wenn sie wenigstens treffen würden. Ne. Ich hab ne lila Wolle dabei. Das gefällt mir nicht. Da hinten seh ich sie. Ähm. Was sie machen die? Ich weiß es nicht. Weißen das eigentlich. Durf ich sie die Namen nicht. Die sehen unsere Namen auch nicht. Gell. Nö. Ich sneak ja sowieso im Moment gerade. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt. Nicht übers Wasser drüber. Weil da sind wir so leichte Beute. Naja wenn die ins Wasser springen. Sind die halt leichte Beute. Weil wir von unten schlagen können. Das ist halt unser Vorteil. Falls wir das halt richtig machen. Dazu hätten wir aber. Ach weil. Wieso ist der überall Redstone? Ähm. Links von uns ist wer mit Eisenrüstung. Wenn ich halt jetzt wüsste. Ob das Teams sind die schon raus geflogen sind. Oder gerade gestorben sind. Naja. Hast du es schon angesehen. Der auf dem Stand ist über Redstone. Naja. Naja. Da war wieder. Ich denke mal das war Razamon. Dem ist langweilig. So. Mal ein bisschen umgucken. Nicht dass der gleich wer von hinten kommt. Da hinten sind die zwei. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Das könnte Liscario und irgendwas sein. Ähm. Möglich. Auf alle Fälle schießen sie auf mich. Oder auf dich. Auf mich. Ich bin auf einem Baum. Oben. Die zünden. Die machen die gar nicht. Wir benutzen die zünden alles an. Finde ich ziemlich unfair. Kann die Wolle abbrennen? Ne oder? Äh. Ne. Weil du konntest dir die Wolle auch nicht abbauen. Achso. Da könnten sie überraschen. Oh sie brennen. Jetzt hat er sich gelöscht mit dem Eimer Wasser. Naja. Können halt das ausnutzen. Und sie halt währenddessen angreifen. Mh. Ich weiß nicht ob von denen noch einer. Einer Schutz hat. Warte mal kurz. Ist ja nicht. Verkürzen wir. Mh. Kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Der Blues Let's Play. Ne. Und der ist auch noch nicht gegangen. Naja. Der ist aber schon tot. Gell. Er hat verloren. Anstand da zumindest. Naja. Der ist aber schon tot. Gell. Aber. Nicht dass der noch mit dem anderen einfach so rumläuft. Könnte auch sein. Aber. Das war nicht er. Weil sein Skin. Sein Skin erkennt man. Ich glaube nicht dass er sein Skin geändert hat. Gelbe Wolle. Ok. Oder es ist Cube. Oder es ist Cube. Ja. So langsam müssen wir hier mal von der Insel weg. Naja. Ich folge der einfach irgendwo hin. Solange es uns nicht umbringt. Hinter uns ist ne Spinne. Hinter dir zumindest. Ja. Das sollen wir doch gern haben. Und ein Enderman ist ja auch irgendwo ich höhen. Naja brauchen wir eh nicht. Wann vielleicht in FTB gebraucht oder so. Ist aber nicht hier. So. Wir brauchen dringend noch ne Wolle. Die sind da in den brennenden Wald gegangen. Das heißt. Dass wir uns entweder fern halten. Oder wir gehen auf Risk. Und gehen da auch rein. Ja. Würde ich. Würde ich auf alle Fälle sofort machen. Wenn ich wie gesagt nicht die eine Wolle dabei hätte. Aber die Frage ist. Ähm. Ob wir jetzt auf die Schnelle noch ne Wolle finden. Aufpassen. Achtung Spieler. Fuck. Das ist Liscario und ähm. Die ist dringlich übel ausgerüstet gell. Ja. Naja. Die haben die ja. Was sollen wir machen. Ja okay. Schieß sie so ab. Jetzt hauen sie ab. Ich muss mit den Pfeilen ein bisschen sparen. Nur noch zwei Stück. Okay. Team Blau ist tot. Cube ist raus geflogen. Okay. Ich brauche Pfeile. Skelett. Komm gib mir mal welche. Sei gnädig. Jawoll. Einen im Fall. Ups. Jetzt habe ich dir eine mitgegeben. Kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Ähm. Komm. Lass uns mal doch in den Wald gehen. Aua. Boah. Das ist so heftig. Naja. Zumal woher kommen die eigentlich alle. Ich habe die Spinne gerade überhaupt nicht irgendwo gesehen gehabt. Wir haben uns gesehen. Die rennen zu uns. Gell. Sollen sie doch. Okay. Mal kurz hier hin platzieren. Hier hin platzieren. Hier hin platzieren. Hier hin platzieren. So. Keine Pfeile mehr. Keine Pfeile mehr. Das. Danke. Das weiß nicht.